KISS Stuttgart ist die Fachstelle für Selbsthilfe in der Stadt. Wir informieren über, beraten zu und vermitteln in Selbsthilfegruppen. Wir sind heute am schönen Walchensee in Bayern, fast Österreich, und haben hier ein Wikingerdorf errichtet, weil wir nämlich einen Kino-Spot drehen für die KISS-Selbsthilfegruppen der Stadt Stuttgart. Viele Menschen sind überrascht, wie viele Selbsthilfegruppen es in der Stadt gibt und wir wollten gar nicht erst probieren, all die verschiedenen Themen aufzuzählen oder darzustellen, wie so Gruppen arbeiten, weil es auch ganz unterschiedlich ist, sondern mit einem ungewöhnlichen Kino-Spot die Menschen verblühten. Also die erste Herausforderung war eigentlich eine inhaltliche, weil Selbsthilfegruppe ist eigentlich ein Thema, wo sich Menschen öffnen, über das man vielleicht nicht so gerne redet und was man auch vielleicht im Kino nicht so gern sieht. Also haben wir uns als erstes mal zusammengesetzt. Was steckt da psychologisch dahinter? Also bei dem Werbespot war uns recht früh klar, dass es ein Film sein wird, der extrem cineastisch aussehen muss. Wir spielen hier mit dem Wikinger-Klischee. Wir haben uns einen Drehbord ausgesucht, der eins zu eins aussieht wie ein Fjord in Skandinavien und wir haben deswegen auch recht früh entschieden, dass wir den ganzen Film analog drehen, damit es eben so filmisch wie möglich aussieht und wirklich auch die Landschaft richtig rüberkommt, die Wikinger aussehen, als würden sie aus einem Hollywood-Film kommen. Wir haben jetzt auf einer Arikama LT gedreht. Wir haben Master Anamorphoten genommen. Das sind Anamorphoten, die eigentlich so die am besten durchzeichnen, die man selbst offenblendig fahren kann. Und dann haben wir uns aus Effizienzgründen noch für eine B-Kamera entschieden, um einfach das Penso ein bisschen zu erhöhen, um den Kampf gegen die Sonne zu gewinnen. Und Szene läuft! Und bitte! Dann war natürlich die Herausforderung, eine Gruppe an Schauspielern zu finden, die es schafft, oder vor allen Dingen auch einen Hauptdarsteller zu finden, einen Olaf, der es schafft, einen starken Mann darzustellen, der trotzdem irgendwas Gebrochenes hat, dem man das starke Wikingertum abnimmt, aber trotzdem abnimmt, dass er ein Problem hat. Und ich glaube, unser Olaf hat ein Problem. Die Herren, das war Hammer! Dankeschön! Das ist ein Drehschluss! Vielen Dank! Dankeschön!